Für was habe ich 400 Euro bezahlt? Für so einen Stuhl. Damit es hier ein bisschen rot ist? Das sieht man sowieso nicht. Und bald habe ich auch keinen Platz mehr. Das Stuhl wird immer kleiner. Irgendwie. Weil es alt ist, glaube ich. Es verältet. Ja, und... Ja, es ist unglaublich. Ich dachte, mein Popo hat mehr... Luxus. Nicht der Rücken.